Hallo zusammen, nach längerer Krankheitsphase melde ich mich zurück in Aktuarium. Viel ist geschehen in den letzten Wochen, wir haben viel aufzuholen. Wir beginnen in diesem Video mit dem sogenannten AfD-Geheimtreffen, wie es in den Mainstream-Medien stilisiert wurde. Also einige AfD-Politiker, aber auch CDU-Politiker und Unternehmer haben sich getroffen mit dem Kopf der Identitären aus Österreich, Martin Sellner und haben unter anderem gesprochen über seine Remigrationskonzepte für Deutschland. Wir wollen uns in diesem Video anschauen, was genau sind eigentlich seine Remigrationskonzepte. Ich verfolge das seit Monaten, deswegen kann ich euch das fair, objektiv und im Detail berichten, ohne auf Medien angewiesen zu sein. Denn wir werden sehen aus meiner Sicht, dass die Mainstream-Angriffe auf die AfD hier verfehlt sind, falsch sind, auch gelogen sind. Aber andererseits die Verteidigung der Rechten, die ich jetzt in den letzten Wochen gesehen habe, auch nicht die ganze Wahrheit darstellen. Also zunächst einmal, was war passiert? Korrektiv, diese Faktenchecker-Plattform, hat als großen Skandal veröffentlicht, wie sie mit Geheimdienstmethoden herausgefunden haben, dass es eine solche Konferenz gab, ein Geheimtreffen, wie sie sagen. Letztlich war es einfach nur ein privates Treffen. Zwischen Unternehmern, CDU-Politikern, AfD-Politikern, aber keine bekannten AfD-Politiker und eben Martin Sellner, den sie als Sprecher geladen hatten, der eben referiert hat, unter anderem auch über sein Remigrationskonzept. Das war im November und das wurde alles so mit geheimdienstlichen Methoden, ja, versteckte Kameras, Lauschangriffe und so weiter. Korrektiv, nur zur Einordnung, ist eine Faktenchecker-Plattform, die sowohl von solchen globalistischen NGOs wie George Soros als auch von der Bundesregierung und von Landesregierungen speziell mit Millionen gefördert werden. Also nur zum Rahmen, wir haben also eine Plattform, die von der Macht, der Machtinstitution aktuell gefördert wird und die einen Angriff starten sollte auf jene, die diese Macht im Rahmen der Demokratie demnächst gefährden könnten, also die AfD. Ja, das ist einmal der Hintergrund. Ihr seht, dieses ganze Getue von Demokratie und demokratischen Spielregeln und dem friedlichen Übergang der Macht zwischen verschiedenen Parteien und dass die Macht, die vom Volk ausgeht, das gilt alles, sofern die Macht bestätigt wird, die bereits die Macht inne hat. Aber sobald die Macht gefährdet wird, sobald die Macht tatsächlich in andere Hände geraten könnte, sind diese demokratischen Spielregeln alle passé. Korrektiv ist ein schönes Beispiel dafür. Okay, jetzt kommen wir aber mal zum Inhalt. Was ist die Remigration, die der Martin Sellner propagiert? Die Remigration, also Remigration bedeutet, die Leute, die irgendwann mal hierher migriert sind oder ihre Vorfahren, gehen wieder zurück in ihre Länder. Nicht unbedingt der Migrant selber, sondern vielleicht seine Enkel und Urenkel gehen wieder zurück. Das nennt er auch Remigration. Er unterteilt die notwendige Remigrationspolitik in Deutschland in drei Gruppen. Kurzer Einschub. Bei Martin Sellner ist alles, wirklich all seine Ideologie, all seine Pläne sowie auch Remigration stets eingebettet in das Hauptziel, Deutschland ethnisch-kulturell zu erhalten, die ethno-kulturelle Identität der Deutschen zu bewahren. Das ist das Hauptziel des Österreichers. Das heißt, er möchte, alles worum es geht, ist diesem untergeordnet. Nichts anderes spielt eine Rolle. Remigration ist also aus seiner Sicht eine absolute Notwendigkeit, um Deutschland als Volk die Deutschen ethnisch-kulturell zu bewahren. Das sagt er auch genau so. Ethnisch-kulturell. Das ist für ihn das entscheidende Stichwort. Gut. Und die Remigration ist die große Lösung. Das ist bei den Identitären so. Remigration, die Umkehr des großen Austauschs, das ist das Entscheidende. Und diese drei Gruppen, die er remigriert haben möchte, sind erstens Asylanten und Leute, die als sogenannte Flüchtlinge hergekommen sind oder die einfach illegal hier sind, wie es viele hunderttausend ja sind, die sollen sofort zurückgeführt werden. Denn, so die Argumentation, sie kommen nicht aus einem Nachbarland. Sie kommen nicht aus einem Nachbarland, in dem sie politisch verfolgt werden, sondern von tausend Kilometern her. Sie sind durch sichere Drittstaaten gewandert, wie beispielsweise durch den Iran, was Afghanen angeht, oder durch die Türkei, was Syrer betrifft. Sie sind oftmals gar keine politisch Verfolgten. Sie kriegen auch gar nicht in Deutschland offiziell den Status von politisch Verfolgten. Aber sie werden trotzdem hingenommen und sie werden nicht abgeschoben aktuell. Das ist nicht gesetzlich. Das muss umgekehrt werden. So sagt er. Und tatsächlich, wenn man sich das Asylrecht anschaut, jeder kommt als Flüchtling, Hunderttausende kommen als politisch Verfolgte, das ist zum einen grob gelogen, zum anderen, tatsächlich kommen sie ja nicht direkt nach Deutschland. Sie gehen durch andere Staaten durch. Und eigentlich können sie ja keine politisch Verfolgten mehr sein, wenn sie durch einen sicheren Drittstaat gegangen sind. Das ist schon mal korrekt. Diese Abschiebepraxis existiert nicht, obwohl sie gesetzlich in Deutschland notwendig wäre. Inzwischen fordern das Politiker von allen Seiten, dass mehr abgeschoben werden muss, und berühmterweise auch der Kanzler, der auch deswegen gerne zitiert wird von Identitären. Und der AfD schaut mal, die fordern das ja auch. Und das stimmt. Es wird nicht getan. Ganz besonders dramatisch wird das, wenn einer von diesen Personen dann auch noch kriminologisch sehr stark auffällt. Sie sind eine große Belastung für das deutsche Volk. Sie sind sozial eine Belastung, auf jeden Fall. Sie sind ökonomisch klar eine Belastung. Sie sind nicht gesetzlich hier. Warum werden sie nicht abgeschoben? Das ist die erste Gruppe. Es ist schwer, da groß argumentativ etwas gegen zu sagen. Wenn sie nun mal gesetzlich hier gar nicht sein dürfen, wenn sie die Kriterien gar nicht erfüllen, warum werden sie nicht zurückgeführt? Da werden natürlich Gründe genannt, wie zum Beispiel, die Länder wollen sie nicht wiederhaben und so weiter. Aber da könnte man etwas machen, wenn man wollte. Aktuelle Bundesregierungen wollen aber nicht. Die AfD will. Also beispielsweise gibt es Ideen, wie Migrationszentren in anderen Ländern einzurichten, Sozialhilfe für die stark zu kürzen, sehr stark einzuschränken, etc. So, das ist die erste Gruppe. Also Landen und Nichtberechtigte, Illegale. Die zweite Gruppe bei den Identitären sind die Ausländer in Deutschland, die aber einen berechtigten Aufenthaltstitel haben. Diese Ausländer, da unterscheidet er ganz strikt zwischen den europäischen Ausländern und den Ausländern, die sozial-kulturell keine Belastung darstellen und den muslimischen Ausländern. Ja, das ist für ihn eine sehr wichtige Unterscheidung. Islamisierung ist auch immer ein großes Stichwort bei ihm. Das heißt, die muslimischen sind eine große Belastung, die muslimischen Ausländer. Warum? Weil sie bekommen sehr viele Kinder. Sie werden dadurch eine große politische Macht in den nächsten Generationen und dadurch werden sie die ethnisch-heimische Bevölkerung politisch überflügeln und werden dann dadurch mit der ethnischen Wahl, weil sie ja nur nach ethnischen Kriterien wählen, zum Vorteil ihrer eigenen Ethnie, werden sie die Demokratie aushöhlen und die Demokratie funktioniert dann nicht mehr. Das ist die Idee. Also es geht ganz klar gegen Muslime. Natürlich gibt es da diese oft rechten Denkfehler, wie beispielsweise, dass Muslime, die aus Afghanistan kommen, wo eine Frau im Schnitt acht Kinder kriegt, dass sie dann in Deutschland auch acht Kinder kriegen und ihre Kinder kriegen auch acht Kinder und ihre Enkel kriegen dann auch acht Kinder. Stimmt überhaupt nicht. Die Geburtenrate in Deutschland gleicht sich in ganz kurzer Zeit an auf zwei bis drei Kinder. Also es gibt hier einige Denkfehler und einige falsche Annahmen. Aber wichtig, es geht nicht um Ausländer allgemein, europäische Ausländer. Nein, es geht um vor allem muslimische Ausländer. Die wären das große Problem. So und diese Ausländer in Deutschland, die müssen danach gefiltert werden, die muslimischen Ausländer, ob sie für Deutschland nützlich sind oder nicht. Wenn sie nicht nützlich sind, dann soll man sie ausweisen. Auf verschiedene Weise. Entweder ihren Aufenthaltstitel nicht verlängern oder verschiedene Arten von Druck ausüben. Das entscheidende Kriterium muss aber sein, sind sie nützlich für Deutschland? Erfüllen sie zum Beispiel einen besonderen Job? Haben sie eine Spezialisierung? Sind sie gute Facharbeiter? Dann können sie bleiben, wenn ihre kulturelle Belastung nicht zu groß wird. Erfüllen sie all dies nicht, dann sollen sie raus. Dann sollen sie einfach das Land verlassen müssen und es sollen nicht solche Pullfaktoren geben, wie zum Beispiel Sozialsysteme, in denen Ausländer sehr viel Geld bekommen und was dann als Entwicklungshilfe fürs Ausland fungiert. Indem sie Gelder bekommen, die weit das übersteigen, was in ihren Heimatländern normal wäre. Und wenn es denn überhaupt Sozialsysteme in den Heimatländern gibt. Er will so eine Anpassung der Sozialsysteme je nach Heimatland. Also bist du aus Afghanistan und hast hier einen regulären Auslandstitel, dann sollst du nur ganz wenig Geld bekommen, weil in Afghanistan bekommst du ja ganz wenig Geld. Kommst du aus einem anderen Land, wo der Lebensstandard höher ist, dann sollst du vielleicht ein bisschen mehr kriegen. So, aber im Wesentlichen sollst du raus, wenn du den Deutschen nicht nützlich bist. Das klingt drastisch, aber tatsächlich in vielen Ländern der Welt ist das eine gängige Praxis. Beispielsweise in den Golf-Emiraten in Dubai. Da wird geschaut, ein Ausländer soll nach Deutschland kommen, er soll hier arbeiten können, er soll hier leben können, wenn er dem deutschen Volke nützlich ist. Beziehungsweise dann den anderen Völkern. Aber nicht einfach nur so. Einfach nur so Sozialhilfe bekommen vom deutschen Volk und dann als Entwicklungshilfe fürs Ausland. Das ist die zweite Gruppe. Bisher kann man noch nicht so viel gegen sagen, weil das gibt es auch in anderen Ländern. Jetzt kommt aber die dritte Gruppe. Die dritte Gruppe, die Martin Sellner und die Identitären gerne ausweisen möchten. Das sind nämlich deutsche Staatsbürger. Tatsächlich deutsche Staatsbürger, die aber nicht, wie Sie sagen, Verzeihung, die aber nicht assimiliert sind. Sie bilden auch eine große kulturelle Belastung. Sie bilden durch ethnische Wahl eine starke Belastung. Als Beispiel bringt er Türken, die sehr viel mehr Erdogan wählen. Also Türken, die deutsche Staatsbürger sind, aber gleichzeitig türkische Staatsbürger sind und die sehr viel mehr Erdogan wählen, wenn sie in Deutschland leben, als sie Erdogan wählen würden, wenn sie in der Türkei leben. Es gibt ja einen sehr großen Unterschied hier. Tatsächlich, die Türken in Deutschland wählen überdurchschnittlich viel Erdogan als die in der Türkei. Und solche Beispiele bringt er. Die wären dann ethnisch und kulturell und sozial eine Belastung, weil sie bilden Parallelgesellschaften. Islamisierung ist ein großes Stichwort. Und die sind zwar deutsche Staatsbürger, aber wir wollen sie auch loswerden. Und wie wird man denn deutsche Staatsbürger los? Man macht ihnen das Leben schwer. Man betreibt eine De-Islamisierung, wie er es nennt, also konkret, was kann man sich darunter vorstellen? Man macht ihnen Religionsausübungen schwer. Man versucht Religionsausübungen einzuschränken, Moscheen einzuschränken, Leute zu drangsalieren, die als Muslime öffentlich auftreten, die ihre Kinder muslimisch erziehen und so weiter und so weiter. Man macht ihnen das Leben so schwer, dass sie dann zusammen, das war jetzt die Peitsche und noch ein bisschen Zuckerbrot gibt es auch noch, vielleicht ein bisschen finanzielle Anreize, hier ein paar 10.000 Euro und dann gehst du in das Land deiner Großeltern zurück. Das ist die Idee. Das sind die drei Gruppen. Bei dieser dritten Gruppe, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, hier geht es nicht mehr wirklich um das Wohl des deutschen Volkes, hier geht es um ein stumpfes, wie früher üblich, das ist ja nichts Neues, Ausländer raus, hier aber speziell nicht Ausländer raus, sondern Muslime raus und Muslime raus hilft dann alle Probleme zu lösen. Einen kleinen Funken Wahrheit sehe ich in diesem Punkt auch, nämlich wenn jetzt unter der neuen Regierung massenhaft Leute eingebürgert werden, die hier drei Jahre sind. Ja, die sind drei Jahre, die erfüllen vielleicht eigentlich gar nicht Kriterien, die dem deutschen Volk nützen und werden sofort eingebürgert. Da ist schon die Frage, was man in Zukunft damit macht, falls man eine vernünftige, an deutschen Interessen orientierte Regierung bekommt. Andererseits ist es sehr gefährlich, wenn man erstmal damit anfängt, Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft wegzunehmen. Andererseits sagen dann die Identitären und die Rechten, Moment mal, das wolltet ihr doch auch, beispielsweise beim Thema Israel. Habt ihr doch gesagt, Doppelstaatler, die sich vielleicht antisemitisch äußern oder die sich gegen das Existenzrecht äußern, den sollten wir den deutschen Pass wegnehmen. Und da haben sie recht. Da haben sie recht, da sieht man auch eine Heuchelei, die dann ausgenutzt werden kann von den Identitären. So, das sind die drei Gruppen. Er spricht auch explizit von der fünften Kolonne, der Umma. Der muslimischen Weltgemeinschaft. Da kommen also die Algerier her, werden dann Deutsche, sind aber konspirativ unterwegs für die Interessen der Muslime weltweit und schaden Deutschland. So, das ist diese Islamisierungsidee. Gut, das ist also die Darstellung. Ihr seht also die Darstellung einerseits, dass Millionen Menschen deportiert werden sollen in Zügen, in Anlehnung und Suggestionen an Nazi-Zeit. Die, wie wir im Mainstream gelesen haben, ist falsch, trifft tatsächlich nicht zu. Aber andererseits die Rechten, die sagen, ach nee, hier geht es doch nur um Ausländer, Asylanten, die wir zurückführen. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Es geht ganz klar darum, auch Muslime auszuweisen. Einfach nur deswegen, weil sie Muslime sind und als Muslime leben möchten in Deutschland. Und natürlich auch öffentlich auftreten als Muslime. Und die sollen dann das Land auch verlassen. So, das muss man schon ganz klar sagen. Meine Kritik an diesem Thema ist ein bisschen fundamentaler. Mir fallen zwei Dinge ein auf bei Martin Sellner in seiner Darstellung der Remigration. Das erste, sehr auffällige ist, warum ist Remigration das einzige Thema? Warum ist es Silver Bullet, also die große Lösung für alles? Wieso wird Remigration als ein isoliertes Problem im luftleeren Raum gesehen? Obwohl es doch offensichtlich globalpolitische Implikationen hat. Remigration, also Migration, Migration kommt doch nicht aus dem Nichts. Flüchtlingswellen kommen doch nicht aus dem Nichts. Da gibt es doch Kriege, da gibt es doch große US-Politik, die das erzeugt hat. Da gibt es US-Politik, die das plant, die das auch gegen Deutschland plant. Da gibt es fehlende deutsche Souveränität gegenüber US-Hegemonie. All das spielt überhaupt keine Rolle bei den Identitären. Sie erwähnen es nicht einmal. Sie tun so, als gäbe es das gar nicht. Als wäre Migration einfach so vom Himmel gefallen und die Lösung dagegen ist einfach Remigration. Obwohl die großen globalen Probleme, die dem unterliegen, natürlich fundamental sind für deutsche Interessen. Solange es keine deutsche Souveränität gibt, brauchen wir doch gar nicht von Migration und Remigration reden. Solange wir nicht unabhängig sind von US-Hegemonie, ergibt das doch alles gar keinen Sinn, was ja durchaus Angriff und Zerstörung deutscher Gesellschaften sind, von Massenmigration. Das muss man ja zugeben. Das wird gar nicht erwähnt. Die werden da komplett in Schutz genommen, die Amerikaner, indem dieses Thema gar nicht thematisiert wird. Obwohl es ein offensichtlich sich aufdrängendes Thema ist. Und eine zweite Auffälligkeit, die ich bei Martin Sellner gesehen habe, erbringt verschiedene Länder als Positivbeispiele zum Thema Remigration. Zum Thema, Ausländer sollen nur dann ins Land kommen, Leute werden nur dann eingebürgert, wenn es dem Land und seinem Volk dient. Und ratet mal, welches Land immer und immer wieder als Positivbeispiel genannt wird. Israel. Ausgerechnet Israel. Ausgerechnet Rechte, die immer wieder von der Identität des Volkes, von dem großen Austausch, von der Besiedlung durch Fremde reden. Ausgerechnet diese bringen Israel als Positivbeispiel. Wobei Israel doch das Paradebeispiel ist für ein Projekt, in dem die heimische Bevölkerung tatsächlich sogar vertrieben, nicht nur durch Demografie ausgetauscht, sondern vertrieben und aktuell wird ein Genozid irgendwie ausgeübt. Verzeihung. Und Fremde aus aller Welt strömen rein und vertreiben und tauschen die Bevölkerung dort, die native Bevölkerung aus. Das ist doch gerade Israel. Israel ist quasi das Paradebeispiel für großen Austausch. Eines der schlimmsten Dinge, die man sich als Rechter vorstellen kann. Israel sollte das perfekte Negativbeispiel sein. Israel wird aber als Positivbeispiel immer wieder erwähnt. Das ist verdächtig. Das ist äußerst verdächtig, weil es direkt wieder gegen deutsche Interessen geht. Das erste geht gegen deutsche Interessen, komplettes Ignorieren von Geopolitik und dann Israel immer wieder als Positivbeispiel zu nehmen. Es gibt schon einen starken Verdacht hier, dass Martin Sellner Identitäre aus Österreich hier vielleicht doch nicht nur Rechte und deutsche Interessen verfolgen. Es gibt Gegenstimmen. Wir haben Herrn Till Schneider, den wir hier auch im Interview hatten, der eine Gegenschrift geschrieben hat, habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt, in der er schreibt, Moment mal Leute, wir können nicht Remigration immer nur im luftleeren Raum betrachten. Gerade das, was ich gesagt habe, das ist wichtig. Wir sollten das einfach nicht als isoliertes Problem nehmen und mit isolierten Lösungen kommen. Und die Antworten auf Till Schneider, die dann Martin Sellner verteidigt haben, die kamen wieder aus Österreich. Die kamen nicht aus Deutschland, die kamen wieder aus Österreich. Also es ist schon ein bisschen verdächtige Kiste mit den Identitären. Das jedenfalls aber zur Darstellung, wie es tatsächlich aus meiner Sicht ist. Freue mich auf eure Kommentare. Wir haben einiges noch aufzuholen. Bis zum nächsten Video. Ciao.